Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wie man unschwer erkennen kann, befinde ich mich gerade wieder mal zu Hause. Ich war jetzt die letzten Monate sehr viel auf Achse, viel unterwegs in unterschiedlichen Ländern, Städten mit unterschiedlichen Zielen. Jetzt komme ich gerade aus Hamburg zurück, da war das Reeperbahn-Festival und da fällt mir auf das letzte Mal, als ich das Kalenderblatt getauscht habe. Es war im Juni und seitdem kann man eigentlich an einer Hand oder zwei Händen abzählen, wie viele Tage ich tatsächlich wieder hier zu Hause war. Das bringt natürlich einiges an Problemen mit sich, dass man so ein bisschen die alltägliche Büroarbeit vergisst. Oder zumindest, naja, was heißt vergisst, andere Dinge in dem Moment für wichtiger erachtet, sich mit anderen Problemen herumschlägt und über andere Dinge nachdenkt. Und genau deswegen ist es so wichtig, dass man oft und viel unterwegs ist, viel reist, seinen Erfahrungsschatz erweitert, sich damit auseinandersetzt, wie andere Menschen leben, wie es in anderen Ländern so vor sich geht. Und was andere Menschen für Perspektiven haben, mit denen man da in Kontakt kommen kann. Ich liebe es zu reisen und im Endeffekt ist das für mich eigentlich das Ziel allen Arbeitens und Wirkens, dass man einfach unterwegs ist. Und ja, im wahrsten Sinne des Wortes nicht stillsteht, dass man eben seinen Blickwinkel auf die Welt, auf das, was es ausmacht, erweitert. Und ja, warum sonst sollte man sich Woche für Woche seines Lebens in ein Büro setzen, im schlechtesten Falle, wenn man das nicht nutzt, um dann doch diese befreiende Reise antreten zu können. Denn ich finde es ja super, dass ich in der Situation, in der ich bin, und dafür bin ich auch wahnsinnig dankbar, die Möglichkeit habe, tatsächlich relativ ortsungebunden zu arbeiten. Ja, ich bin ja wirklich extrem viel unterwegs, aber mein, ja, von Teeling funktioniert im Großen und Ganzen auch, wenn ich unterwegs bin. YouTube-Videos ist immer die Frage, wie stressig ist es im Endeffekt, das, was ich gerade so tue. Inwieweit kann ich woanders gerade den Videoschnitt machen, wie kann ich ein Video woanders aufnehmen. Bis zu einem gewissen Maße ist das möglich. Und das ist eine unglaublich geniale Situation und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen mein Lebensziel und mein Lebenstraum. Momentan funktioniert es halt, kann man ja aber nie davon ausgehen, dass das auch so bleibt, dass man einfach überall auf der Welt theoretisch arbeiten kann. Dass das, was man tut, unabhängig davon ist, dass man eine Wohnung in Berlin hat oder so. Das ist eigentlich so das allergrößte Ziel, das allertollste, was ich mir vorstellen kann. Und es ist auch mehr wert als Geld im Endeffekt. Es geht mir mehr darum, die Freiheit zu haben, die ich in den letzten Monaten tatsächlich sehr ausgekostet habe, als dass das viel Geld einbringt. Aber wie gesagt, wer viel reist, der viel sieht, der viel auch lernt. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, so viel wie möglich die eigenen Sphären zu verlassen sozusagen und sich auch mal auf Wanderschaft zu begeben. Übrigens Wanderschaft. Die Arbeit hier mit YouTube, Social Media, aber auch mit meinen Projekten ist natürlich auch so eine Art Städtereise. Man weiß nie, wo es beim nächsten Mal die Windung nimmt, ob es vorangeht oder doch eher zurück. Ich hatte ein großes Projekt für 2019. Momentan sieht es nicht gut aus, weil bei Projekten, wo Menschen mit involviert werden müssen, denen es egal ist, ob das, was du tust, gelingt oder nicht, weil es ihnen als Beamten egal ist, ob da im Endeffekt so ein Projekt gelingt. Da ist es manchmal schwierig, denen zu erklären, warum sie mehr arbeiten müssten. Ja, also da ist es gerade ein bisschen unschön, aber ich denke, das ist ein Problem, das wir auch überwinden können. Wenn, werdet ihr das natürlich auch ausführlich auf meinem ersten Channel oder eben auch hier sehen. Ich bin gerade so ein bisschen in der Planung für die Inhalte der nächsten Monate, wenn ich dann tatsächlich doch mal wieder zu Hause sein sollte und Zeit habe, wirklich viel mehr Content zu bringen, als ich das die letzten Wochen getan habe. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe euch ja sträflich vernachlässigt. Ich überlege darüber nach, wie man so Livestreaming einfügen könnte in das Channel-Konzept hier, allerdings auch auf meinem Zweit-Channel. Wenn ihr da Ideen habt, gerne mehr. Was mir auch wirklich helfen würde, wenn von euch als Zuschauern da auch quasi erfahrene Cutter dabei sind, die auch mal Bock hätten, mich da bei einem oder anderen Projekt zu unterstützen. Ich bin jetzt im Sommer einfach da drauf gestoßen, dass so eine Festival-Reportage, die einfach eine Woche in der Arbeitszeit, in der Nachproduktion dauert, dass ich das einfach nicht so richtig durchführen kann, wenn ich unterwegs bin. Das ist so ein bisschen das Problem, von einem Festival zum nächsten zu fahren. Man braucht eigentlich immer eine Woche dazwischen Zeit, um so eine Reportage davon zu produzieren. Ja, und deswegen hänge ich da so ein bisschen hinterher, sitze gerade noch am Schnitt für die Fullmetal Cruise-Reportage und wenn die dann fertig ist, dann mache ich dann drei Kreuze. Dann kann ich dann auch wieder ins Tagesgeschäft übergehen und dann mehr Videos zu anderen Themen machen. Ja, also das ist im Endeffekt, bin ich so am überlegen, was der nächste Schritt sein sollte. Ich habe auch für diesen Channel überlegt, dass es ein Thema gibt, das mich wirklich sehr interessiert und dass ich hier viel intensiver ausbauen möchte, vielleicht auch mit einem allwöchentlichen Festenformat, dass man sagen kann, okay, immer am Freitag oder so kommt jetzt ein Video zu dem Thema und da geht es im Endeffekt, und da möchte ich jetzt mal gerne dort unten euer Feedback dazu haben in den Kommentaren, Da geht es im Endeffekt darum, selbstständiges Denken, Unternehmergeist, Selbstentwicklung und im Endeffekt all die Themen, die eine Rolle spielen, wenn man sich selbst reflektiert und sich selbst entwickeln möchte. Das sind so Themen, die mich einfach beschäftigen, weil ich ja neben dem ganzen Metal-Ding, was ich so mache, eben auch Unternehmer bin mittlerweile mit von Thieling und mich da eben auch tagtäglich mit Themen auseinandersetze, die vielleicht auch für euch ganz interessant sein könnten, weswegen ich gedacht habe, dann kann ich es ja auch als weiteren Bestandteil dieses Channels mit euch teilen. Würde mich aber interessieren, ob euch das überhaupt interessiert. Schreibt mir das mal gerne dort unten in die Kommentare. Wie gesagt, meine lieben Freunde, das Leben ist eine Reise. Ich bin jedenfalls in den nächsten Wochen noch viel auf Achse. Ich werde noch in Amsterdam sein, ich werde noch auf Mallorca sein, auf Malta, in Wien werde ich dann auch mal noch sein und ansonsten halt viel in Berlin und in Köln. Also ich bin dieses Jahr wirklich fast nur auf Achse. Das hat sich einfach so ergeben und ich bin gespannt, wie sich das die nächsten Jahre dann so entwickelt. Prinzipiell weiß man ja nie, wo es hingeht und was man so macht. Ich hoffe, dass wir auch weiterhin viel interessante Situationen erleben werden. Ihr noch viele Videos von mir bekommt, die euch interessieren. Ja und dann wünsche ich uns einen schönen Herbst und wieder viel, viel mehr Videos hier und auf meinem Erz-Channel. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und schreibt mir da unten mal ein bisschen Feedback. Alles klar, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.